Wir haben von einem Kunden ein PDF-X4 zugeschickt bekommen und dieses PDF-X4 sollen wir jetzt an eine Druckerei weiterleiten. Die Druckerei ist aber ungünstigerweise nicht in der Lage, ein PDF mit Transparenzen zu verarbeiten. Die haben keine Print Engine, sondern nur Postscript und deswegen sollen wir bitte, bevor wir das PDF anliefern, die Transparenzen reduzieren. Sie erinnern sich, bei der Transparenzreduzierung kann es durchaus zur Veränderung kommen und viele Druckereien sagen, mach du das mal lieber Kunde, wenn dann was schief geht, habe ich nicht den schwarzen Peter. Also wir sollen jetzt die Transparenzen in dem PDF reduzieren. Wir sehen, hier steht PDF-X4 und Sie erinnern sich, beim PDF-X4-Export, da wird die Transparenzreduzierung ausgeschaltet. Jetzt kann es ja durchaus sein, dass der Kunde gar nicht mit Transparenzen gearbeitet hat, aber wir haben die Ausgabevorschau gestartet und die sagt uns die Wahrheit, Seite weist Transparenz auf, ja. Also in diesem PDF gibt es definitiv Transparenzen. Acrobat hat jetzt ein Werkzeug, das versteckt sich hier oben, das haben wir uns da vorne reingezogen aus der Werkzeugleiste Druckproduktion und das ist die Transparenzreduzieren-Vorschau, mit der man auch Transparenzen reduzieren kann. Ich zoome mal ein bisschen ran, dass wir das besser sehen können und Sie sehen, zunächst einmal gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, zeig mir bitte die transparenten Objekte. Und jetzt werden die transparenten Objekte, Sie sehen es hier an der rechten Seite, in unserem PDF mit einer roten Warnfarbe markiert. Wir können jetzt hier auswählen, bitte mit hoher Auflösung, was ja so viel bedeutet wie hohe Qualität, die Transparenzen reduzieren. Wieder aktualisieren, wenn man was verstellt und jetzt gucken wir, was man hier noch einstellen kann. Wir haben hier noch die Möglichkeit einzustellen, mit welcher Auflösung Vektorgrafiken und Text gerendert werden oder Verläufe und Gitter, das können wir alles so lassen. Wir können einstellen, gesamten Text in Pfade konvertieren, das kann manchmal hilfreich sein, damit Text an einigen Stellen nicht dicker wird, aber jetzt im Moment können wir alles so lassen. Und wir dürfen jetzt nicht hier auf OK klicken, das würde das Fenster schließen und nur diese Einstellung, die wir hier gemacht haben, abspeichern, sondern wir müssen hier unten klicken auf Anwenden. Wenn Sie das erste Mal in diesem Werkzeug drin sind, ist es wichtig, dass Sie hier einmal bei Farbe, JPEG, Qualität, das Maximal einstellen, weil ich glaube, im Original steht das auf Mittel. Sie stellen hier bitte ein, die Farbbilder JPEG komprimieren, aber bitte mit maximaler Qualität. Gut, jetzt können wir hier sagen, alle Seiten im Dokument bitte reduzieren und klicken auf Anwenden. Und Sie sehen, die Reduzierung läuft, dauert ein bisschen und je nachdem, wie umfangreich das PDF ist und wie viel Transparenzen da verwendet wurden, kann der Vorgang durchaus mal ein paar Minuten dauern. Gut, wir klicken wieder auf die Aktualisieren, auf den Aktualisieren-Button und dann sehen wir jetzt, ich kann nichts mehr auswählen, die Transparenzen wurden tatsächlich reduziert. Auch wenn wir wieder in die Ausgabe-Forschau gucken, dann sehen wir, was da unten steht. Seite weist Transparenz auf, nein, wir haben also die Transparenzen erfolgreich reduziert. Nachdem Sie die Transparenzen reduziert haben, ist es aber wichtig, dass Sie hier unter Einblenden nochmal kontrollieren, ob sich jetzt auch wirklich alles im Device CMYK-Modus befindet. Denn bei einigen PDFs kommt es vor, dass nach der Transparenzreduzierung wieder Profile im PDF auftauchen und das zeige ich Ihnen kurz in einem kleinen Extra-Video. In den Demodaten finden Sie den Ordner Transparenzreduzierung und darin finden Sie zwei vorbereitete PDFs. Sie nehmen bitte mal Transparenzreduzierung Acrobat ohne das E, also nur Transparenzreduzierung Acrobat und machen das einmal auf. Auch hier in diesem PDF haben wir Transparenzen, wie Sie sehen können. Jetzt schauen wir mal hier oben rein unter Einblenden und sagen mal, zeig uns bitte an, was nicht Device CMYK ist. Und wir sehen, außer diese Schmuckfarbfläche ist Tatsache alles im Device CMYK, also soweit alles in Ordnung. Jetzt gehen wir wieder in die Transparenzreduzierung und reduzieren unsere Transparenzen wieder mit hoher Qualität, also hier hohe Auflösung. Den Rest können wir so übernehmen. Wir sagen anwenden und schauen uns dann unser PDF gleich nochmal an. Gut, die Transparenzen wurden reduziert, aber wenn ich jetzt sage, zeig mir alles an, was Device CMYK ist, dann sehen Sie, fehlen einige Objekte. Und wenn ich jetzt sage, nicht Device CMYK, habe ich sehr viele Objekte, die nicht fertig sind. Bei der Transparenzreduzierung spielt auch Farbmanagement eine Rolle. Und hier wurden alle Objekte, die jetzt neu erstellt wurden, wie dieses vierkige Bild mit dem Schlagschatten, das wurde jetzt mit einem Profil versehen. Die Objekte sind jetzt also kalibriert. Und um zu verhindern, dass diese Objekte jetzt in der Druckerei eventuell doch noch farbverändert werden, müssen wir also prüfen, nach einer Transparenzreduzierung, ob es Objekte gibt, die ein Profil haben. Und die müssen wir dann hier wieder dekalibrieren. Und dann sehen Sie, haben wir jetzt Tatsache ein PDF, wo es keine nicht fertigen Objekte mehr gibt, außer die Schmuckfarbe. Die soll sein, aber wir haben auch gleichzeitig die Transparenzen reduziert. Sie erinnern sich aber, was ich Ihnen generell zum Thema Transparenzreduzierte Daten gesagt habe. Bei Transparenzreduzierten Daten werden ja zum Teil neue Bilder erstellt. Das können wir hier jetzt wieder sehen mit der Ausgabevorschau. Hier sehen wir, wurde ein Teil des Textes mit in ein Bild umgewandelt. Hier sehen wir, wurde ein Teil des Verlaufes in ein Pixelbild umgewandelt. Und je nachdem, was jetzt in der Druckerei mit den Daten geschieht, kann es an diesen Stellen natürlich zu sichtbaren Veränderungen kommen. Und deswegen ist es immer nicht ganz unkritisch, wenn man selber diese Transparenzreduzierung im Auftrag eines Kunden durchführt. Und da will ich Ihnen jetzt noch ein zweites Beispiel zeigen. Wir gehen wieder in die Demodaten. Und in den Demodaten haben wir noch das PDF mit dem E. Das machen wir jetzt mal auf. Augenscheinlicherweise sieht das ganz gut aus. Wenn ich mir hier oben mal mein Logo angucke, passt das auch soweit alles. Ja, ich würde mal sagen, das ist okay. Aber auch hier haben wir Transparenzen und die sollen reduziert werden. Also gehen wir wieder in die Vorschau, klicken hier wieder an Anwenden und dann werden wir sehen, gibt es gleich Probleme. Bei diesem PDF sind einige Schriften nicht korrekt eingebettet gewesen. Sie sehen, es kommt auch eine Fehlermeldung. Und wenn wir uns jetzt das PDF nach der Transparenzreduzierung mal angucken, hat sich doch die Schrift hier oben im Clever Printing Logo leider sehr ungünstig verändert. Und auch das ist eine Gefahr, Entschuldigung, wenn Sie Transparenzen im Kundenauftrag reduzieren. Ich wäre hier immer äußerst vorsichtig. Es hat schon seinen Grund, dass viele Druckereien sagen, bitte schicke uns die PDF-Daten mit reduzierten Transparenzen, damit die diese Reduzierung nicht durchführen müssen. Denn wenn dann was schief geht, können die immer sagen, lieber Kunde, wir haben an deinen Daten nichts geändert. Das muss vorher schon so bescheiden gewesen sein. Also, wenn Sie im Kundenauftrag Transparenzreduzierung durchführen, das PDF immer nochmal zur Kontrolle zum Kunden zurückschicken und auch immer nach der Reduzierung auf alle Fälle schauen, ob alles Device-Themey-K ist und wenn nicht, dann auf alle Fälle wieder dekalibrieren. So, Sie merken es, meine Stimme versagt schon wieder. Wir machen also nochmal eine kurze Pause. Und in dieser Pause zeige ich Ihnen mal, was ich in InDesign noch Interessantes zum Thema Transparenzen festgestellt habe.